Wenn wir schon mal so fahren. Wie lange sind Sie jetzt bei der Feuerwehr? Ich selber schon seit 30 Jahren. Das ist die freie Feuerwehrschäße, ne? Genau. Also wer Lust hat, darf auch mitmachen. Genau. Da muss man vorher so eine Art Truppmann-Ausbildung machen, wo man Grundkenntnisse bekommt und dann ist man Feuerwehrmann oder Frau. Und dann kriegt man manchmal auch, wenn man Glück hat, so ein Bonbon und ist beim Hurricane Festival dabei. Genau. Ja, Facebook-Seite des Veranstalters ist für uns in so viel Zeit. Ich finde es wichtig, dass wir immer auf dem neuesten Stand sind, was der Veranstalter bekannt gibt, beziehungsweise was vielleicht auch von Festivalbesuchern hier gepostet wird, um auf aktuelle Entwicklungen schnell reagieren zu können. Bei diesem Hurricane das Besondere, dass die Teilnehmerzahl nochmal wieder gestiegen ist und mittlerweile die Trockenheit und der Staub, der macht uns doch auch arg zu schaffen. Heute Mittag, wir waren gerade hier, eine knappe halbe Stunde, da hieß es, es brennt ein Kraftfahrzeug auf dem Wohnmobilparkplatz. Das hat sich dann aber anders dargestellt. Es war wirklich nur der überkochende Kühler aufgrund der Wärme. Das war toll. Junge, Junge hat das gestoppt. Jungs, Junge, 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 Junge Das ist der Greenpack-Campingplatz, wo die selber für Ordnung und Sauberkeit sorgen müssen. Da haben wir die Fichte, die können den ganz sauber zeigen. Der ist auf jeden Fall Picobello sauber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017